Der Platinerfolg von Hooray for Boobies, die Top-Platzierung in den deutschen Charts und Laserpolls sind nur einige Gründe erneut hier zu Lande zu touren. Auch wenn die hohen Produktionskosten nach Angaben der Band die Einnahmen verschlingen, Hauptsache ausverkauft und gute Stimmung. Deutschland ist eines der besten drei Länder zum Spielen. Die Leute haben immer Spaß, wie die Amerikaner. Anfangs kennen sie die Band nicht, aber dann geht es auf einmal richtig ab. Wir kommen gerne her. Hier ist es viel besser als in Belgien. 1.000 Mark Schein In dieser Hand habe ich eine Packung lauwarme Coca-Cola. Der erste war euch, der zu mir auf die Bühne kommt und die ganze Pocke trinken, den kommt die 1.000 Mark. Der Erfolg in Deutschland trägt immer neue Blüten. Überlegten sich die Burschen letztes Jahr noch nach Karlsruhe zu ziehen, verbrachte Bandchef Jimmy Pop Ali die Jahrtausendwende in Berlin. Für den Silvester erprobten Musiker eine bleibende Erinnerung. Ich war ein Silvester in Deutschland, in Berlin. Ich war ein neuer auch schon in Los Angeles, Las Vegas, Philadelphia, New York City, am Times Square und in Boston. Ich muss aber sagen, Berlin war mit Abstand am lustigsten. Die Deutschen bewerben sich mit Bomben und trinken wie in Amerika nur zehnmal so wild. Because the German personer, they're throwing bombs at each other, they're drinking, just like in Amerika, but times ten was a good time. Die Chance, die Bloodhound Gang live zu sehen, wird von Tag zu Tag geringer. Nur noch für das Konzert in Düsseldorf am 10. Februar sind Karten zu haben. Dennoch steht für die Musiker nicht nur der Spaß im Vordergrund. An neuen Stücken wird bereits gearbeitet. Exklusiv für die Neuigkeiten gab Jimmy Pop Ali erste Eindrücke. Ich bin mit dem Lange, so was ich sagen, yo? Sillie mit meinem 9mm mit Dillie, yo. Wenn ich auf dem Mikke mache, ich mache meine Dutie, yo. Stilie mit meinem Dutie, yo. Es ist der Kronk, Q-Ball. Ja! Ich bin mit dem Mann von Brüssel. Er war 6'4 und voll von Muskel. Doch nicht nur die Bloodhound Gang begeistert ja die Massen. Ausk動 forces hat ja die Massen taking care. Hat ja denANDateurs zusammen müssen. Und dann muss man wieder neu. Bis zum nächsten Mal.